Sie fragen sich sicher, was hat dieses Thema bei Come to Publish zu suchen? Es ist aus meiner Sicht etwas, was wir uns in der grafischen Industrie und im Allgemeinen unbedingt einmal genauer anschauen sollten. Wir haben Unmengen von Daten. Wir haben zum Beispiel einen Grafiker, einen Illustrator, welcher Grafiken erstellt und sie vor Missbrauch schützen möchte. Mit diesem OSDSP haben wir die Möglichkeit, diese Dateien mit einem digitalen Fingerabdruck zu schützen und in der dezentralen Datenbank von Blockchain abzulegen. Wie genau das funktioniert, jetzt einmal zusammengefasst auf diesen ersten Folien und danach in einem kleinen Video-Workshop mit Proof Yourself funktioniert. Doch zuerst, wozu dient OSDSP? Man möchte eben zum Beispiel eine Idee, die man gehabt hat, schützen, ohne dass man es dem Patentamt übergeben muss. Ich kann dies machen, indem ich einfach alle meine Aufzeichnungen, meine Dateien, meine Dokumente in diese Blockchain abspeichere. Dann habe ich einen eindeutigen Existenzbeweis und da habe ich einen höchstmöglichen Schutz vor Veränderung und Missbrauch meiner Daten. Alle möglichen Dateien lassen sich schützen und es gibt auch schon diverse andere Möglichkeiten, wo man diese Art der Sicherheit einsetzt. Hier ein paar Beispiele. Also ich kann Grafiken, ich kann Marketing-Ideen, ich kann Ideen skizzen und vor allem auch zum Beispiel kunstfälschung sicher registrieren lassen in dieser Blockchain. Und es gibt bereits Grundbuchämter wie in Georgien, welche diese Technologie im Einsatz haben. Proof Yourself ist eine Beweissicherung in der sichersten Datenbank der dezentralen BTC Blockchain. Und wir machen hier einen digitalen Fingerabdruck mit SHA-256. Hier im Überblick. Sie haben die Möglichkeit, 30 Tage eine kostenlose Version zu testen und Dani Meierthaler und sein Proof Yourself kennenzulernen. Ein Jahresangebot, eine Flatrate, wo Sie jeden Montag Ihre Daten immer wieder aufzeichnen und sichern können, das ist 97 Franken. Und ein Express-Anker, wenn Sie sagen, ich habe jetzt eine Idee, die muss ich unbedingt heute noch schützen lassen. Da ist der Preis 79 Franken. Es geht ganz einfach. In einer Anleitung und auch in Videos, welche Sie auf Come to Publish haben, wo ich das Ganze verfilmt habe, ist der erste Schritt ein Forensiktool herunterladen. Sie werden dann ein Ordner oder ein ganzes Volumenverzeichnis auswählen und erstellen ein CSV-Archiv sämtlicher Dateien. Dies ist dann die Grundlage, um einen Haupthash zu erstellen. Und diesen Haupthash, den kopieren Sie dann in eine Zwischenablage und senden ihn mit Ihrer persönlichen Kundennummer. Und mit diesem asymmetrischen und wirklich hochsicheren Verfahren haben Sie und nur Sie als Kunde den Zugriff auf Ihre sensiblen Daten. Was genau die Blockchain ist, wurde gerade kürzlich aufgezeigt in einem Beitrag von 10vor10. Und diesen Beitrag können Sie unter rechts stehendem Link. Diejenigen von Ihnen, welche Come to Publish Abonnenten sind, können dieses PDF zum Download herunterladen. Die anderen müssen sich den Link abschreiben. Hier wird sehr verständlich aufgezeigt, was genau Blockchain ist. Bei der Daten- und Ideensicherung geht es nicht um die Währung Bitcoin, sondern hier in diesem Anwendungsbereich möchten wir explizit auf die Technologie der Blockchain eingehen. Die Lernvideos, wie man eine solche Datensicherung mit Proof Yourself machen kann, das wie gesagt gleich in den Workshop-Filmen. Auf Come to Publish! Die Lernvideos, wie man eine solche Datensicherung mit Proof Yourself machen kann, durch die Technologie der Electricienjedachträgen,